Jo, herzlich willkommen zur nächsten Lernstunde mit der MPC 5000. Wir machen heute eine kleine erweiterte Version, denn wir haben nicht nur eine Bassdrum und eine Snaildrum, nein, wir haben auch noch ein Sample und zwar einen Cut aus dem Hip-Hop Barach, so eine Art kleiner Schrei, kann ich euch gleich mal zeigen, ja, wunderschönes Sample, kann man wunderschön benutzen, tausendmal schon verwendet, alle werden es kennen und ansonsten haben wir noch ein kleines Bassgitarren, irgendwas, hier, das hier, drei Stück. Und so weiter und so fort, aber sowas wollen wir jetzt nicht machen, wir machen hier einen fetten Beat klar, hier sind unsere Drums. Das Sample habt ihr gesehen, gehört und jetzt fangen wir mal an die ganze Scheiße zu arrangieren, damit wir heute noch fertig werden. Und so weiter und so weiter. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Das wissen Sie genauso gut wie ich. Es herrscht Depressionen. Viele sind ohne Arbeit oder haben Angst, ihren Arbeitsplatz zu verlieren. Der Dollar ist keine 5 Cent mehr wert. Banken gehen pleite. Geschäftsleute haben eine Waffe unterm Laden. Verbrecher machen die Straßen unsicher. Es scheint niemanden zu geben, der weiß, was man dagegen tun kann. Wir wissen, die Luft, die wir einatmen, ist vergiftet. Genauso wie die Lebensmittel, die wir essen. Wir sitzen zu Hause im Sesselsee entfernt und lassen uns von irgendeinem Ansager erzählen, dass es heute 15 Morde und 63 Gewaltverbrechen gegeben hat. So als ob das ganz normal wäre. Wir wissen, die Zeiten sind mies, schlimmer als mies. Sie sind verrückt. Es ist, als ob überall alles verrückt geworden ist, nur dass wir gar nicht mehr rausgehen wollen. Wir sitzen zu Hause und langsam wird es spät, in der wir leben immer kleiner. Und wir sagen nur, bitte, lasst uns wenigstens hier in Ruhe in unserem Wohnzimmer. Lasst mich meinen Toaster haben, meinen Fernseher, meine Stahlgürtel rein. Dann sage ich auch nicht, lasst mich bloß in Ruhe. Ich werde euch aber nicht in Ruhe lassen. Ich will, dass ihr wütend werdet. Ich will nicht, dass ihr protestiert oder gerade alle veranstaltet oder eurem Kongressabgeordneten schreibt, denn ich wüsste nicht, was ihr ihm schreiben solltet. Ich weiß nicht, was man gegen die Depression tun kann, die Inflation gegen die Russen und die Verbrechen auf den Straßen. Ich weiß nur, dass ihr erst einmal wütend werden müsst. Ihr müsst sagen, ich bin ein menschliches Wesen, verdammt nochmal. Mein Leben hat einen Wert. Also, ich will jetzt, dass ihr aufsteht. Ich will jetzt, dass ihr alle aufsteht. Einer wieder an. Ich will, dass ihr sofort aufsteht. Zum Fenster geht, es aufmacht, den Kopf raussteckt und schreit. Ihr könnt mich alle am Haar schlägen. Lasst mir das nicht mehr länger gefallen. Szene im Flächen im Flächen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017